Alles begann auf dem Laufsteg für Gucci 2020. Diese Zeit hat mein Leben grundlegend verändert. Alle, die schon mal negative Kommentare unter dem eigenen Foto hatten, wissen, wie sich das anfühlt. Bei mir waren es nicht nur Hate-Kommentare, sondern ganze Schlagzeilen. Mein Name ist Arminé. Ich lebe in Jerewan, Armenien. Ich bin Set-Designerin, aber man kennt mich vor allem als Model. Als ich jünger war, war ich mir auch nicht sicher über meinen Körper. Ich mochte mich nicht wirklich. Damals habe ich sogar über eine Nasenoperation nachgedacht. Heute hat man alle Möglichkeiten, die Person zu werden, die man sein möchte und so auszusehen, wie es einen glücklich macht. Jede Epoche hat ihre eigene Einstellung zu Schönheit, zu Klischees und Normen. Und in jeder Epoche gibt es Menschen, die diese Normen brechen.